möchtest du rein wie gehen wir rein so gehen wir ein genau sam ok absehen wird oben immer noch geh runter nein nein runter mit ihr nein 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 auch nicht nein nein geh hast deine sachen genau geh in deinen korb zu lachen und sam ist endlich zur ruhe gekommen und macht ein nickerchen 18 und sam ist wach weil alle kinder hier krach gemacht haben wahrscheinlich keine ahnung jetzt ist der wach und jetzt habe ich wieder trouble so nickerchen war ganz kurz er wollte dann in den garten da ist er runter runter du bist kein mensch es ist elf uhr und sam schläft immer noch nicht jetzt kriegt sie kriegt er eine entspannende massage bei der sogar ich einschlafen wurde voll von ruhig sein also möchte spielen und dafür klaute meine pantoffel alexa wie spät ist es es ist elf uhr fünfundfünfzig jetzt gibt's mittagessen und herr sam ist aufgestanden sam ok halt sitz sam sam sitz warte sam ok und nach dem mittagessen siesta wenn er so ruhig bleibt wunderbar wenn ich kommt in seine box 15 uhr spielzeit aus sehr gut sitz sitz warte ok ist es platt aus dem spielen geht ganz schnell ein ist es sam up sam up gut bravo macfida super macfida super macfida zips platt zu platt up sam up sam up zips platt up Jetzt muss da noch was geben. Ich wollte nur einmal testen. Sam, ab! Jetzt muss er riechen, dass wir das nicht tun. Ja, das war die wichtige Motivation. Kurz nach drei, Training ist zu Ende. Und Siesta wieder einmal. Hoffentlich. Also Sam, schlaf jetzt. Jawohl. Jetzt verrate ich euch, wie lang das Siesta war. Ziemlich genau drei Minuten. Und dann ging es los. Umdekorieren. Und hier geht es los. Genau. Mit Umgestaltung. Richtig. Das nennt man Mülltrennung. Die ganze Zeit nicht. Was? Schlebt sie nicht. Ja. Jeden Tag um diese Zeit, kurz vor fünf, machen wir etwas. Heute ist Sonntag, also Körperpflegetag. Feuerwehr, zweifel. Ich freue mich, zweifel. Das wird drehen. Der Neue. Das ist hier. Es hier. Dann kannst du ja. Drei. Dann kannst du ja. Puh. Dann kannst du ja. Musik Und nach einer anstrengenden Körperpflege kommt wieder mal Siesta. Ganz ruhig kommen. Aber bevor wir ein bisschen trainieren, könnte man sie nochmal hinlegen. Schlafstörung ist da. Es ist halb sieben und Sam knettet auf den Tisch. Runter mit dir. Komm. Halb sieben und wir müssen ein bisschen trainieren. Los. Komm. 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 Komm.